Für diesen Abend haben wir eine ganz spätige Eröffnung für diesen Abend. Eines der besten Orchester, die wir in Österreich haben. Eines der besten Orchester, Akkordesorchesters in Österreich. Und Sie werden hier für die nächsten 40 Minuten hören, Big Ben Sound mit Orchester. Das ist nicht so einfach und nicht so permanent. Und wir werden jetzt Ihnen ein Orchester präsentieren. Eines der besten in Österreich, die Wiener Neustädter C-Harmoniker. Und Sie werden Ihnen Big Ben Sound vom besten bringen. Noch mal herzlichen Applaus für die Wiener Neustädter C-Harmoniker und ihre Leiterin Fritzi Steiner. Applaus Und Sie werden hier für die Wiener Neustädter C-Harmoniker. Und Sie werden hier für die Wiener Neustädter C-Harmoniker und ihre Leiterin Fritzi Steiner C-Harmoniker. Und Sie werden hier für die Wiener Neustädter C-Harmoniker. Und Sie werden hier für die Wiener Neustädter C-Harmoniker, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir sind aber ein doch ein reines Amateurorchester und wir sind schon ein bisschen aufgeregt vor dieser Verlisse, vor diesen Fachleuten, vor der Westen der Akkadionsszene der Welt hier zu spielen. Deshalb wünschen wir uns viel Glück oder auf jegisch mazltov. Wir sind sehr nervös, wegen dieser großen Zuschauer. Und deswegen wünschen wir uns guter Glück oder in Jewish mazltov. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Jetzt kommt sozusagen ein Stück, das wir diese Woche schon einmal gehört haben. Aber wir dürfen sicherlich sehr gerne noch einmal spielen. Das ist nämlich das Lieblingsstück unseres HVBÖ-Präsidenten. Deshalb dürfen Sie heute noch einmal hören. Über die Geschichte hat es schon vorgestern gespielt, Rhapsody in Blue. Aber heute in einer Version für Mundharmonika und Akkordeon. Das Arrangement ist übrigens von George Börsch bin höchstpersönlich. Ich habe nur die original Klaviersstimme für das Akkordeon gesetzt. Wir werden jetzt hier die Blue bekommen. Juri Szischkin, die wir bereits am Wednesday haben. Aber heute spielen wir mit Harmonika und Akkordeon. Der Arrangement ist von George Börsch bin höchstpersönlich. Und ich freue mich auf Isabella Krapf. Willkommen Isabella Krapf. Vielen Dank. Applaus 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 Amen. 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 Meine Damen und Herren, ich will die Gelegenheit nützen nach dieser hervorragenden Darbietung. Ich bin stolz darauf, dass Isabella dies so toll hingebracht hat, weil ich selber ein Rhapsody Blue-Spieler bin. Aber, was heute ganz hervorragend, wirklich ganz hervorragend, ich bin tief beeindruckt. Aber so ganz tief bin ich deswegen noch nicht beeindruckt, weil ich schon beeindruckt war und weil wir schon beeindruckt waren. Wir haben beschlossen, Isabella in Anerklingung ihrer Verdienste und ihr Mundharmoniker in Österreich eine Ehrung zuteil werden zu lassen. Isabella ist einer der besten Harmoniker-Spieler in Österreich und deshalb die HBO hat eine distinction für sie. Und das ist der Honored Friend der Harmoniker für Isabella Graf. Vielen Dank, das war Rhapsody in Blue. Weiter geht's mit einer anderen Parapson hier, weil wir gar nicht mehr freuen. Es war das teuerste Pop-Song zu seiner Zeit damals. Die haben hunderte Stunden im Tonstudio verraten, angeblich. Nur für einzelne Takte. Und wir werden uns da heute versuchen, einen Klassik aus der Op-Musik. Die nächste Piste ist Rhapsody, also Rhapsody. Und das ist der größte Song in der Zeit. Und das ist die Zeit. Es dauert 100 Stunden für die Zeit. Es dauert 100 Stunden für das Rhapsody. Wir spielen die Bohemian-Rhapsody Queen. Und das ist die Zeit. Und das ist die Zeit. Und das ist die Zeit. Amen. 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 Amen.